Die Quelle von Getränke Wagner entspringt im Jahr 1924. Der Schilling löst die Krone als Zahlungsmittel ab. Und der Gastronom Josef Wagner beginnt in Gmunden mit der Abfüllung und dem Verkauf von Sodawasser in Siphonflaschen. Mit der Einführung der Limonade Chabezo startet Josef Wagner wenige Jahre später die eigentliche Erfolgsgeschichte des Unternehmens. 1937 wird George VI. zum neuen englischen König gekrönt. In diesem Jahr steigt Rudolf Wagner Senior in den Familienbetrieb ein und holt die berühmte Rezeptur von Coca-Cola an den Traunsee. Auch die Fruchtlimonade Libella wird von Wagner abgefüllt und vertrieben. 1954 startet Elvis Presley seine Karriere. Wagner startet mit der Abfüllung und dem Vertrieb von Coca-Cola. Diese internationale Partnerschaft dauert bis 1990. 1972 wird die erste Star Trek-Folge im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Und auch Wagner dringt in neue Regionen vor. In Gröbning wird ein zweiter Standort für die Belieferung der Obersteiermark gegründet. 1978 wird Rudolf Wagner Junior Geschäftsführer der neuen Rudolf-Wagner-KG. Sechs Jahre später steigt auch sein Bruder Erich Wagner in die Geschäftsleitung ein. 1990 wird Deutschland Fußball-Weltmeister und Wagner vollzieht den höchst erfolgreichen Wandel vom Abfüller zum Getränke-Großhändler mit Vollsortiment. Die ersten Heiß-Getränke-Automaten werden aufgestellt. Und bereits 1992 eröffnet die Winothek Wagner mit Spitzenbeinen aus aller Welt. 2002 wird der Schilling vom Euro abgelöst. In Nahkirchen startet die neu gegründete Wagner Kunststofftechnik GmbH mit der Produktion. Einer der modernsten Betriebe im Spritzgussverfahren. Seit 2010 unter der Geschäftsführung von Christian Wagner. 2010 übersiedeln der Getränke-Großhandel und die Winothek von Munden nach Laakirchen. Heute ist die Rudolf-Wagner-KG ein von den Eigentümern persönlich geführter Familienbetrieb mit über 200 sicheren Arbeitsplätzen. Jahrzehntelanges Know-How, modernste Technik und hochmotivierte Mitarbeiter machen Getränke-Wagner zu ihrem zuverlässigen Partner. Für Trinkgenuss und Lebensfreude. Mit Standorten in Laakirchen und Gröbming und über 200 Mitarbeitern zählt Getränke-Wagner zu den grössten Getränke-Fachhändlern Österreichs. Getränke-Wagner, grüß Gott. Als echter Vollsortimenter bieten wir unseren Kunden alles, was Durst löscht und schmeckt. Von Mineralwasser über Limonaden, Fruchtsäfte, verschiedenste Biere, über 2000 Weine, Schaumweine, Spiritosen, Tee und Kaffee und vieles andere mehr. Zu den Serviceleistungen zählen umfassende Schanktechnik von der Montage bis zur Reinigung, persönliche Beratung von Gastronomie und Handel sowie prompte Lieferung bis in die entlegensten Bergregionen. Wir von Getränke-Wagner stellen jede Lieferung exakt nach Kundenwunsch zusammen. Sie wünschen, Wagner bringt's. Täglich liefern wir mehr als 50.000 Liter aus. Wenn's um Trinkgenuss und Lebensfreude geht, ist Getränke-Wagner Ihr perfekter Ansprechpartner. Und das bereits seit 90 Jahren. In Wagners Weinshop in Larkirchen findet man die besten Weine aus aller Welt. Das Sortiment umfasst nicht weniger als 2000 ausgewählte Weine, sowie Schaumweine und Spiritosen. Klasse statt Masse lautet das Credo auch auf www.wagnersweinshop.com Der Schwerpunkt von Wagners Weinshop liegt auf regionaltypischen, seltenen Weinen aus den besten Anbaugebieten Europas. Wie hier zum Beispiel aus Italien, aus Österreich, aus Spanien, aus Frankreich und aus der Schweiz. Aber auch Weine aus anderen Kontinenten finden immer wieder ihren Weg in Wagners Weinshop. Individuelle Weinkarten, Klimaschränke, Gläser und Geschenkboxen runden das Angebot ab. Auf ihren Weinreisen sind die Mitarbeiter aus dem Hause Wagner ständig auf der Suche nach neuen, spannenden Geschmackserlebnissen. Automatisch in ihrer Nähe ist das Team von Wagner Wending. Seit Wagner in den 1950er Jahren den ersten Automaten aufgestellt hat, wurden Sortiment- und Serviceleistungen kontinuierlich erweitert. Heute genießen die Kunden von Wagner Wending eine erfrischende Auswahl von Heißgetränkeautomaten mit Kaffeespezialitäten über Kaltgetränkeautomaten bis hin zum Warenautomaten mit Süßigkeiten und Snacks. Ergänzend dazu realisiert Wagner Wending verschiedene Bestell- und Kassensysteme für eine moderne Betriebsverpflegung. Wagner ist auch selbstständiger Kantinen- und Buffetbetreiber, vor allem in Unternehmen und Schulen. Das gesunde Schulbuffet von Wagner wurde vom Bundesministerium für Gesundheit mehrfach ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren produziert Wagner Kunststofftechnik hochwertige und maßgenaue Kunststoffteile. Jedes für sich ein kleines Kunststück. So zum Beispiel Garantieschutzkappen für Bierfässer oder auch Getränkeverschlüsse für sicheren Trinkgenuss. Zu den Kunden von Wagner Kunststofftechnik zählen renommierte Getränkeabfüller in ganz Europa. Mit unseren 16 Spritzkussmaschinen und den verschiedenen Handling-Robotern realisieren wir hier in Larkirchen die Wünsche und Ideen unserer Kunden. Der eigene Formenbau, der Engineering-Bereich und die aktive Lehrlingsförderung gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung. Heute können sich Fenster- und Möbelhersteller sowie Sportartikel- oder Elektrotechnikunternehmen hundertprozentig auf Top-Qualität von Wagner verlassen. Nicht zuletzt bildet Wagner Profis im Werkzeugbau und in der Kunststofftechnik aus, um auch in Zukunft höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017